Hallo, hier siehst du ein Video zur allgemeinen Sinusfunktion. Wir wollen in diesem Video mehr über den Parameter d in Erfahrung bringen. Welche Einwirkung hat er auf die Funktionswerte und den Graphen der Sinusfunktion? Betrachten wir dazu alleine die Funktionsgleichung f von x gleich Sinus von in Klammern x minus d. Wie verändert sich der Graph der Sinusfunktion, wenn du unterschiedliche Werte für den Parameter d einsetzt? Was passiert, wenn man für den Parameter d 0 einsetzt? Nichts, denn die Funktionsgleichung lautet dann folgendermassen f von x gleich Sinus von in Klammern x minus 0. Und das ist die ganz normale Sinusfunktion, Sinus von x. Die kennst du ja bereits. Machen wir also gleich weiter mit dem nächsten Beispiel. Setzen wir also einen neuen Wert für den Parameter. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Eing. So. Probiere es am besten.